Hä, wie ist denn laufend hier? Also ja, ja, Joris dann, aber davor hab ich nicht 1-1 im Kill gemacht. Ja, Lennart war obvious beim ersten Kill. Ah, yes. Pfff... Ah, ich sehe ihn nicht so, Ich sehe ihn total. Aber noch divergen fans. Es gibt noch etwas, unser Schirm und Karl. 집 следующ mal kingen ein bisschen bei mir an den Pool mit dem integers G緩 hinbekommen zu machen. ... und auch in die Nacht hinter mir abhen. Das war's für heute. 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 Ich bin nicht sicher. glaubt mir einfach wenn er wenn ich sage es sind dann und joris ich schwöre ich schwöre dir bei allem was mir heilig ist ich habe niemand doch maro also auch auf ja okay dann dann glaube ich mal also joris und daniel waren weiter bei mir waren die nektröcke der syrien wurde umgebracht und ich war gerade überlegen wer von den beiden ist jetzt gewesen ist anscheinend da beide mich beschuldigen wien hast du gewartet danke 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 und jetzt bitte noch joris die runde gewonnen nein 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 nein. Jetzt schmeiß's ihn raus, Digga. Also wer ist es jetzt? Deine Mutter. Also Lars oder Joris? Joris. Lars. Lass mal bitte aufs Prinzipianes voten. Bitte. Ja, Jens. Da würd mir schön mitique. Digga, du bist so witzig, alter. Oh mein Gott. Ah, wunderschön! Danke, Lux! Ey, Mann, ihr seid so ungemein! Aktion, Reaktion! Nein, 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 nein! Oh, Mann! Ich will, ich will nicht sterben! Nein, 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 mach' ich nicht! Was? Okay, ich hab's glaub' ich wohl umgebracht! Ey, Mauro, bitte vertrau' mir, es bin nicht ich, es war Kaya! Oh, okay, gut! Okay, ja, dann wollte man Kaya, ne? Warte, du bist tot! Oh, oh, ich, sorry! Sicheres Ding! Oh, Spaß! Danke, dass ihr mir geglaubt habt! Aktion, Reaktion, danke, Jungs! Dankeschön! Das war die schönste Runde aller Zeiten! Das war die schönste Runde aller Zeiten! Ja, ich bring doch einfach Himanon, obwohl ich nicht mal in Range bin! Aktion, Reaktion! Ich fand's super! Ah, ihr habt, ah, ihr habt Double Kill verkackt, oder was? Jo! Junge, ich war nicht mal in Range! Achso! Digger, Jannis, du bist so schlecht! Du bist so schlecht! Alter, das ist unglaublich! Okay, hat irgendjemand gesehen, wer Leonard gehörte? Ja! Ja, immer der, der fragt! Jannis! Also, ich bin runter in Navigation gelaufen, und... Also, ich bin runter in Navigation gelaufen, und... Meine Schnauze, du Bastard! Hä? Komm, akzeptier's, aber du bist eh raus! Mach einfach! Sören, komm, wo du bist! Sören, mach einfach! Danke dir, Digger! Wie kann man so schlecht sein? Jannis, wär's dein Kollege, hä? Sag's doch, ich bringe dein neugeborenes um! Ja, welcher Kollege? Oh! Ich glaub, das geklärt! Hm, ich glaub, ist es nicht, Sören! Ist es auch nicht! Gut, dann hätten wir das schon mal ausgeschlossen? Ja! 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 TРЕime! eeh Du, ist! ... nanananana... Und? Was hab ich gesagt? Natürlich ist es, Sören! Alle, einmal bitte Sören zu reporten! Oh! I don't know! Ja! Hahahaha! Ich kann Juris auch Proof machen! Ja, bitte einfach Sören, Dankeschön. Steffen hat jetzt zwei Leute schon... Ah, Sören, Alter. Man muss euch bitte mit Yannis als Kollege machen. Yannis ist selbst als Imposter scheiße, Digga. Alter, Mann, Joel. Da denkt man, er kann Imposter spielen oder sonst auch immer.